Hallo und herzlich willkommen zu Astray, einem Third-Person-Puzzle-Horror-Spiel. Das ist meine erste Aufnahme dazu. Ich habe auch mir noch keine Informationen über das Spiel selber geholt, also ich weiß überhaupt gar nicht, worum es hier geht. Das liegt einfach daran, dass ich sehr gerne Unwissen über ein Spiel trete, da dann der Schockmoment einfach viel größer ist, als wenn man sich da schon Vollinformationen holt. Und ja, ich würde einfach mal sagen, wir starten mal ein neues Spiel. Several rigs have passage signs anyone has from my uncle. His band's fart along hold up in a strange museum of this. Tonight I visit the museum to check in on him. The family is getting worried. Oh, das fängt ja schon gut an. War das jetzt schon In-Game? Ich glaube nicht. Jetzt sind wir im In-Game. Okay, wir starten jetzt scheinbar irgendwo um nirgendwo. Ich glaube, wir sind von oben gekommen. Und ich vermute mal, dass wir jetzt in dieses Gebäude gehen müssen. Aber, wir sollten scheinbar erst mal woanders hin. Da hinten ist ein Gebäude. Das unter Strom steht. Also, nicht das Gebäude an sich, sondern der Zaun. Ja. Kommen wir da vielleicht einfach so durch. Oh. Okay. Unser erster Tod. Okay. Es müsste sehr wahrscheinlich einen anderen Weg geben. Vielleicht müssen wir den Strom kappen. Oh, hier ist ein Weg. Oh, das fängt ja schon gut an. Oh, hier haben wir schon wieder. Diesen Fehler machen wir diesmal nicht. Aber, wie kommen wir denn jetzt da hinten rüber? Ich denke mal, so sportlich ist mein Charakter jetzt nicht, dass er diesen Schwung schafft. Kann man vielleicht... Oh. Man kann eine Kiste entnehmen. Vielleicht kann... Ja, kann man. Ich vermute mal, das ist genau so richtig. Okay, wir haben es geschafft. Oh mein Gott. Scheiße. Ist das unser Echo? Ja. Das sind unsere... Das sind unsere Fußstaben. Oh mein Gott. Das ist schon wirklich sehr gemein, was die hier gemacht haben mit der Taschenlampe und den Soundeffekten. So, ich vermute mal jetzt mal, dass der Sound da hinten jetzt auch stromlos ist, sodass wir jetzt ungehindert durchtreten können. Ich vermute mal jetzt mal, dass der Soundeffekte ist, sodass wir jetzt ungehindert durchführen. Und... Ja, ja. Das wissen wir schon. Ein Bolzenschneider. Ich denke mal, den brauchen wir, um das Schloss zu knacken. Ja. 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 Das ist ein ziemlich ungewöhnliches Gebäude für ein Museum. Museum. Ich glaube, es war hier ein Museum. Also, für mich sieht ein Museum ziemlich... Also, für mich sieht ein Museum anders aus. Können wir auch wieder durchkriechen? Oh mein Gott. Wir laufen da im Wald rum. Können wir mal wieder runter. Okay. Hier ist es wirklich sehr ruhig. Und... Hallo? Eine Batterie. Zu. Oh mein Gott, eine Notiz. 17. November 1908. I'll be the dogs at the usual time, you know this is good, Bella, Bella. Immer dieses Stellen, wo man um die Ecke laufen kann. Oh, oh, was? Das sieht ja schick aus. Du kannst ruhig weitergehen. Okay. Was haben wir hier? Bisschen randalieren. Oh! Oh! Was war das? Oh mein Gott. Arsch! Hier haben wir wieder eine Notiz. 2. November 1900. Dear Sir, Professor Robert Walker cuddly invite you and your family to attend a private showing at the Museum of the Supernatural on 24. November. The evening will begin at 8 p.m. with refreshments in the main hall. Should you choose to attend, your family will be among the first to experience the Museum's many vaccination exhibits. Thoughtsome are still undergoing work at this time. Please RSVP by no later than 15th of November. I hope you are able to accept my invitation and I look forward to seeing you soon. You are faithfully Professor Walker. Okay. Wunderschön. Atlantis. Okay. Atlantis ist für mich eine Unterwasserstadt. Oh! Ah! Was ist das? Ein Aufzug? Sind das Scheiben? Oh, wahrhaftig. Wir sind unter Wasser. Was ist denn das für ein Museum? Okay. Hallo, hallo. Ach, da ist er auch so. Okay. Eine riesige Blase. Sieht sehr merkwürdig aus. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, wenn wir da jetzt durchlaufen. Wahrscheinlich sterben wieder, wie vorhin durch diesen Stromschlag. Hier haben wir noch einen Weg. Wir spunken hier wenig. Hallo? Da gehe ich jetzt noch nicht runter. Auricalcum. Eine Notiz. 25 November 1901. Dear Professor Walker, Ich habe keine Ahnung, wie man das ausspricht. Ich habe keine Ahnung, wie man das ausspricht. Du hast mit deinen Soundsystems geöffnet. Du hast mit deinen Soundsystems geöffnet. Die Dualdraht und die Whispering-Sounds geöffnet wurden positiv. Eerie. Oh mein Gott, diese Wetterball habe ich schon nie gehört. Was? Was? I very much look forward to the grand opening and will now be visiting again once your museum is fully complete. Your sensory barren montage of Grimhorp. Ja. Ich entschuldige mich für mein grausames Englisch. Ich weiß, ich höre mich schrecklich an. Ich war noch nie wirklich gut in Englisch gewesen. Ich weiß nicht, woran es liegt. Oh. Sehr wahrscheinlich die chronische Unlust. Oh mein Gott. Bitte nicht. Nicht jetzt schon. Wie kommen wir denn nach da oben? Das ist doch nicht ohne Grund da. Kann man da oben reinleuchten? Aber das lassen wir lieber. So, jetzt haben wir noch jeden Weg hier. Es soll ja ein Puzzle-Horror-Spiel sein. Und ich vermute mal, wir haben auch hier unser erstes Rätsel. Sonst haben wir ja nichts hier. Ja. Oh mein Gott. Ja. Okay. Ich vermute mal, die Verbindung muss von oben links nach unten rechts sein. Was ist denn durcheinander? Versuchen wir einfach mal hier unser Glück. So. Ja, das war jetzt entweder gekonnt oder es war wirklich doch so ein bisschen einfach. Ich weiß jetzt nicht, was wir damit aktiviert haben. Vielleicht irgendetwas in dem Raum, in dem wir eben drinnen waren. Oh. 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 Was ist denn hier passiert? Okay. Wir haben irgendwie... Wasser. Oh. Hineingeschüttet. Wir können hinein. Wollen wir hier wirklich rein? Okay. Das ist cool. Ah, jetzt können wir wahrscheinlich... Ja, okay. Okay. Jetzt können wir nämlich hier hoch. Mann, sind wir schlau. Ein seltsamer Weg. Und dieser lange Weg, der ist wirklich verdächtig. Wenn jetzt hier irgendwas passiert, dann bitte ohne mich. Toll, jetzt habe ich zwei Wege. Was haben wir hier? Okay. Äh, okay. Hier haben wir ein Boot. Das wir nicht benutzen können. Außer Betrieb für heute. Oh, wir brauchen einen Zahlencode. Okay. Den Zahlencode, den weiß ich jetzt nicht. Vermute ich mal, wir müssen diesen Weg entlang laufen hier. Oh nein. Vorhin ist doch durch so ein Schacht irgendwas... Oh nein. Jetzt müssen wir wirklich hier rein. Jetzt müssen wir wirklich hier rein. Oh mein Gott. Oh! Alles cool. Oh mein Gott. Oh Gott, ey. Boah, weg hier. Oh nein. Jetzt haben wir hier schon wieder Wasser. Ich erkenne hier kaum etwas. Oh, hier haben wir eine Zahl. 0,3n. Was die hier zu bedeuten hat, weiß ich nicht. Oh, was ist das denn? Ah! Ah! Oh mein... Äh... Okay. Äh, ich vermute mal, das war unser erster Bug. Äh... Äh... Blöd. Okay. Ich hoffe mal, das passiert jetzt nicht jedes Mal. Das wäre echt älgerlich. Gleich einfach mal nicht bis zum Boden schwimmen. Ich kann den ganzen Weg wieder zurückla... Oh. Zurücklaufen. Da müssen wir her. Da müssen wir her. So. Schon wieder! Oh mein Gott, das Spiel macht nicht wahnsinnig. Psch... Ganz ruhig. So. Ich vermute mal, das ist der einzigste Hinweis, den wir hier finden unter Wasser. 0,3n. Das sollten wir uns vielleicht mal aufschreiben. Denn ich kann mir nicht alles merken. Irgendwann ist es immer noch ein Horror-Rätsel-Spiel. Sollte man sich vielleicht hier und da mal ein paar Notizen machen. Sonst müsste man sich den ganzen Weg nochmal von vorne antun. Oh nein. Ich möchte hier nicht rein. Oh nein. Oh nein. Ich möchte hier nicht rein. Ist das eine Zahl? Oder ist das jetzt nur die... Oh nein, nicht schon wieder! Och nö. Och Leute. Das ist doch echt ärgerlich. Das nervt total. Ich hoffe, das passiert uns jetzt nur in diesem blöden Raum da. Und nicht, dass es permanent unter Wasser passiert. Je länger wir im Wasser schwimmen Wäre sonst echt ein dickes Minus für das Spiel Dabei hat das Spiel eigentlich eine recht gute Bewertung Ich glaube irgendwie 80% oder so Ich hoffe die fehlenden 20% sind nicht dieser Bug hier Er schreckt mich immer wieder Obwohl Permanent immer dasselbe ist Ah hier haben wir die andere Zahl Jetzt müssen wir uns beeilen Hier steht da 18W Okay ganz schnell raus Bevor wir jetzt wieder hier 18W So Jetzt hör auf Ich hab mich genug schon erschreckt Ach Quatsch hier waren wir ja schon Jetzt gehen wir mal wieder zurück So N und W Hier müssen wir her Wir haben eine vierstellige Zahlenkombination Ob die Buchstaben jetzt irgendwie relevant sind Ich weiß es nicht Wir versuchen es einfach mal 0 3 18 Ah ok Einfach 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 Und los geht's Oh wir können uns nicht bewegen Aber was ist wenn ich mich bewegen möchte Dafür habe ich jetzt einen Zahlencode gebraucht Damit ich diesen kleinen Weg Den hätte ich auch schwimmen können Mal ganz ehrlich gesagt Was ist das? Achso das ist eine Lampe Pick it up Atlantis Exhibit K Ok Ok Wir haben Unseren ersten Schissen gefunden Oh nein Was haben wir denn jetzt hier? Ach du scheiße 40 Also müssen wir den Druck jetzt Müssen wir jetzt den Druck auf 40 Jeweils springen auf beiden Seiten Jetzt kann ich hier gar nichts mehr machen Oh nein 50 20 Mist Jetzt haben wir rechts haben wir 40 Aber links leider nicht Oh mein Gott Ja alles klar Dann sollten wir Den Druck Auf beiden Seiten gleich bekommen So hier Geht der links Um 10 hoch Müssen wir es jetzt mal merken Auf beiden Seiten um 10 hoch Da steigt er um 10 Da geht er um 10 runter So Wenn er da um 10 runter geht Dann Könnten wir ja jetzt Vielleicht Dann Und dann Dann Ent Das kann sich jetzt hier wirklich nur um Jahre handeln. Das tut mir auch schrecklich leid, aber hier bin ich gerade echt so blöd. Ah, Mann, ey. So, da haben wir 50, da haben wir 20. So, jetzt haben wir da 4.30 und da jetzt müssten wir 9. 9. So, jetzt haben wir es geschafft. Gott sei Dank. Jetzt können wir auch hier durch. Achso, jetzt sind wir hier. Ah, das ist die Stelle, wo wir vorhin nicht durchlaufen wollten. Okay. Ah, vermute ich mal, dass wir den Raum jetzt hier geschafft haben. Irgendwie mit dem Schlüssel jetzt woanders irgendwie weiter können. So, unseren ersten Schlüssel haben wir. Ich vermute mal, dass es hier das Spiel so aufgebaut ist, dass wir jetzt in den nächsten Raum hier müssen und da auch einen Schlüssel suchen. Und irgendwann irgendwas mit den Schlüsseln anfangen können. Drei, aha. Drei Schlüssel, also drei Räume. Hier ist auch der dritte. Alles klar. Und ja, was sich dann hinter dieser Tür verbirgt, das werden wir dann vielleicht in der nächsten Folge herausfinden, denn ich muss jetzt hier meinen ersten Cut machen und ja. Ich danke euch fürs Zuschauen und für eure Geduld. Und ich würde einfach mal sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge, wenn es heißt Let's Play Astray. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Vielen Dank.